willkommen zu einem neuen video also wir sind hier an einem blauen see ich bin ja gerade im urlaub das wird wahrscheinlich der erste vlog und wahrscheinlich auch der einzigste sein weil ich hatte jetzt in der woche eigentlich nicht so viel zum aufnehmen ihr könnt ihr auch noch mal den see sehen schreckt mal rüber da seht ihr den see und gleich werdet ihr auch noch mal sehen wie ich baden gehe und wie ich dort reinspringe und wenn euch das video gefällt lasst mal ein like da und abonniert mich weil es werden bald noch mehr videos kommen und das war es erstmal mit dem cut oh ja 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 ich hab ich ja ja Leute also wir sind jetzt hier nochmal ein bisschen abseits vom Weg gegangen weil da waren wir ein paar zu viele leute. Ich habe da gerade nicht geredet aber ihr seht ja da in den Kipps. Ich war gerade noch mal baden und so. Und ich also ich war gerade noch mal baden Wir sind jetzt hier nochmal kurz abseits gegangen Und gleich werden wahrscheinlich noch ein paar Clips aufgenommen Ihr seht wahrscheinlich nachher auch noch ein Video Weil wir wollten nachher dann halt auch Löhne essen gehen und so Aber das seht ihr dann halt alles nachher Und folgt mir auf jeden Fall mal auf Instagram Und liked auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat Ja, und den Rest seht ihr dann ja auch noch im Video Also wir sind jetzt von Baden wieder zurück Wir gehen gleich noch was essen Das werden wir wahrscheinlich auch nochmal kurz filmen Das Essen oder so Aber wir werden dann wahrscheinlich heute nicht mehr so viel machen Also wir sind jetzt hier noch kurz runter gegangen Und wir gehen jetzt gleich das Essen Also das war's dann glaube ich für heute mit dem Vlog Also den werde ich dann wahrscheinlich dann am nächsten Freitag hochladen Und ja, ihr seht dann gleich noch das Essen Und ich hoffe euch hat da der Vlog gefallen Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da Und ja, bis Leute, das war's dann mit dem Video Ein bisschen filmen, ist das Und wir gehen mal auf Survey Dann würde ich jetzt noch mal Untertitelung des ZDF, 2020